Kommt und jetzt bin ich gespannt, ob ich dich schon durchleiten kann oder ob ich mich jetzt... Nee, du bist schon da. Also ich weiß jetzt nicht... Ja, bei mir steht ja live, also... Genau, weil... Ach, weil ich dich schon in... Ah ja, okay, Moment, jetzt habe ich den technologischen Durchstich. Weil ich ja schon dich in den Stream eingebettet habe und was sollen sie denn sagen? Du bist live live, deswegen zeigt man es dir einmal als Gast an. So, Träumchen. Dann machen wir das jetzt so, Bits & Bytes Folge 38 oder wie wir uns auf YouTube nennen, die digitale Hochschule. Genau, bei mir steht jetzt, kommt zwar jetzt irgendwie sowas wie eine Notification in Folge 32, aber... Ah, Moment, weil... Nee, das ist nicht egal, weil, weißt du warum? Weil ich natürlich seit Jahr und Tag nicht mehr gestreamt habe oder vor sechs Folgen. Und da immer noch die gleiche... Absolut, so, das heißt Streammanager. Mal gucken, ob ich es noch kann. Äh, später erinnern. Das heißt... So, jetzt geben wir mal ganz kurz einen... Äh... Studiomodus, Titel, Podcast-Titel. Das ist ein bisschen wie Fahrradfahren, ein bisschen Muscle Memory. Geteilte Moderatoren-Kommentare. So, Stream-Info bearbeiten. Das macht man natürlich eigentlich vorher. Den Rest lassen wir einfach mal gleich. So, Stream-Info aktualisiert. Wir reden heute über Hörsaal-Technik und über deinen Auslandsaufenthalt. Du bist schon wieder sehr viel unterwegs. Das finde ich... Genau. Das finde ich schön für dich. Und... Ja. Nice. Good for you. Du hast ein bisschen Tech-Talk mal wieder mitgebracht. Und sagen, da schauen wir jetzt einfach mal direkt rein. Und zwar ein Kollege, den wir auch schon öfter hatten. Nämlich den Andreas Sechsauer. Andreas Sechsauer vom KIT, Karlsruhe Institute of Technology. Ja, die ein neues Setup sich hingebaut haben bei Ihnen am KIT. Und ich habe es nur kurz bei LinkedIn gesehen. Fand es auch mal ganz interessant. Weil es natürlich so, das ist, wovon du immer geträumt und geschwärmt hast früher. Mal so ein professionelles Aufnahmestudiosetup. Ja, mit dem Titel, die Scheinwerfer hängen bereits. Ich bin mal gespannt, was dann da eben produziert wird. Also, wir werden den Artikel auf jeden Fall mal in den Shownotes verlinken. Könnte man sich jetzt, glaube ich, eine Stunde allein darüber unterhalten, was da jetzt irgendwie für Technik verbaut ist und ob und für welchen Zweck das sinnvoll ist. Und oder auch nicht. Aber es sieht auf jeden Fall schon mal recht vielversprechend aus. Ich muss auch echt sagen, jetzt, wo ich das sehe und das, worüber wir als nächstes reden, es sind, es passiert. Also, das, was ich lange gesagt habe, das passiert jetzt nicht, weil ich das so oft gesagt habe. Aber zumindest will ich jetzt die Ursache-Wirkungsbeziehung nicht für mich vereinnehmen. Aber es passiert vermehrt, dass man sagt, okay, was machen wir denn? Hashtag Mehrwert, habt ihr nicht gehört? Und dass man sich jetzt, dass man jetzt zu Ende gedacht hat an den Unis, dass irgendwie auch das Geld da ist. Und das, weil sowas sehe ich jetzt tatsächlich in letzter Zeit öfter. Nicht nur bei uns in Potsdam, sondern auch an anderen Unis. Jetzt sehe ich das wieder. Und das sind teilweise Unis, die man einfach in dem Game sozusagen schon kennt. Ich meine, Sky-T ist jetzt wahrlich kein Unbekannter. Aber das sind auch Unis, die aus ganz unterschiedlichen Motiven müssen oder sollten. Und jetzt Unis, wo man nicht sofort, also auch nicht unbedingt die großen Unis, also das, wo es einfach so als, ja, anekdotischer Evidenz, wie man so möchte, das beobachte ich tatsächlich jetzt öfter, dass das passiert. Genau. Und die Frage, die ich mir dabei jetzt immer so ein bisschen stelle, ist, zumindest so, wie ich es teilweise von meiner Uni kenne oder vielleicht auch von anderen Unis und Hochschulen kenne, es ist dann doch meistens relativ schnell und zügig und einfach Geld da, um Equipment anzuschaffen. Ja, in dem Fall eben, also bei uns manchmal eben, kann man auch Messtechnik, irgendwie Messumgebung, irgendwelche Prüfstände, Gerät schaffen. Und dann baut man, wenn das größere Sachen sind, da vielleicht auch sogar ein Gebäude ringsherum extra dafür. Und dann fehlt aber so ein bisschen die Weitsicht und die Einsicht, dass so ein Messgerät für sich allein eben dann auch keine Messergebnisse produziert und keine Veröffentlichung schreibt, sondern das machen eben Leute, die die Messgeräte bedienen und die fehlen dann so ein bisschen. Wir haben genau... Wir haben mich mal gespannt, ob und wie das in dem Sinne funktioniert. Also Johnny fragt genau das gerade im Chat. Weil er meinte, ist das überhaupt realistisch so was bedarf bei mindestens einer studentischen Hilfsgruppe pro Event. Das ist so ein bisschen, also ich glaube, das werden wir gleich, also bei diesen fest verbauten, wir kaufen zentral eine Sache ein, sehe ich das so, dass das tatsächlich von wenigen Festangestellten, also wirklich niedrige, einstellige Zahl bedient werden kann, wenn es natürlich erstmal verbaut ist. Also dieses Schnellverbauen und 20 Hörsäle und 10 Seminarräume oder andersrum, das machst du mal nicht schnell alleine von der Infrastruktur her. Aber wenn das verbaut ist, insofern, Johnny, würde ich sagen, beim Rollout oder das, was du jetzt als Rollout bezeichnet hast, ist mit Sicherheit mehr Personen-People-Power notwendig. Das eigentliche Betreuen, da gucken wir uns tatsächlich auch gleich einen Ausschnitt aus Kassel an. Dieses Betreuen und je nachdem, was man dann genau macht, würde ich sagen, kann ein, zwei Medientechniker oder auch ein Team machen. Und dann hast du schon so ein paar Hiwis oder Hilfskräfte, ja. Aber das ist jetzt kein 15-Personen-Team. Wäre jetzt so meine Praxiseinschätzung. Ja, genau. Also würde ich jetzt wahrscheinlich so wenig einschätzen. Also die Technik, die wir jetzt gerade bei Andreas Hexauer gesehen haben am KIT, ist definitiv nichts, was nach so einem One-Button-Recording-Studio aussieht, wo man jetzt ja auch jemand, der das irgendwie schon ein, zwei Mal gemacht hat, hinschicken kann und sagen kann, du weißt ja, welche Knöpfe du drücken musst, und das funktioniert so. Das sieht so vom Aufbau schon allein so, wie die Kameras sind, dass da hinter jeder Kamera oder zumindest hinter zwei Kameras jeweils eine Person steht und die irgendwie führt und sich dann vielleicht auch ein bisschen um Ton und sowas ringsherum kümmert. Ich meine, wir sind ja in Magdeburg auch immer noch dabei, Technik auszurollen und die soll und wird dann eben schon sein, dass sie so in die vorhandene Hörsaal-Technik, haben wir ja auch schon ein paar Mal gezeigt und diskutiert, integriert ist, dass das dann die Lehrperson im Zweifel oder wahrscheinlich in den allermeisten Fällen auch wieder alleine hinbekommen muss und wird, dann die entsprechende Technik zu bedienen. Ich würde auch einfach drei Fälle unterscheiden. Das eine ist, wie gesagt, ich möchte meine Vorlesung aufnehmen, und wenn die Technik vorliegt, so wie ich das immer proklamiere, im Sinne von sie ist verbaut, Glaskasten, Tele, irgendwie der ganz oben an der, irgendwie sie ist da, das können Lehrende alleine. Wenn ich von zu Hause ein Erklärvideo aufnehme und ich habe entweder zentral bereitgestellte Software oder ich habe vielleicht einen eigenen Workflow, egal, das kann auch jemand alleine, also per Definition, weil keine IT kommt nach Hause, diese Service-Stufe ist nicht frei. Und dieser dritte Ansatz, ich brauche was Spezielleres und ich habe mich, und ich brauche irgendwie von einem zentraler Lehrstelle, Center für gute Lehre und wie sie alle heißen, das ist natürlich so eine Custom und da brauchst du irgendwie auch mehr Leute, die sich besser auskennen. Und dann, da steigt natürlich auch der Betreuungsbedarf. Wollen wir direkt einfach Richtung Kassel oder willst du noch kurz was zum Teleprompter sagen, Matthias? Da würdest das, weil eigentlich ist ja nur die Nachricht. Ich würde sagen, den Teleprompter, genau, er ist angekommen, ich habe noch keine Zeit gefunden, ihn auszuprobieren. Also, genau, dann würde ich sagen, gucken wir mal nach, was du aus Kassel vorbereitet hast, dann können wir noch kurz irgendwie über das Stream-Together-Feature sprechen. Ja, so, ich war am Montag und am Dienstag, war ich in Kassel, wurde eingeladen von, das ist genau der Seite, der Service Center Lehre. War ein sehr cooles Event. Ich habe jetzt einfach mal die Seite von den Kollegen aufgemacht. Wir gucken uns gleich auch einen Video-Ausschnitt an. Das Besondere an der ganzen Sache war, dass es eine User-Conference war von Menschen und verschiedensten Hintergründen, also Techniker, Infrastrukturleute, Pädagogen, aber auch quasi alle mit so einer Querschnitts-Center-Funktion. Also jetzt nicht, ich arbeite für Fakultät X und ich arbeite nur für die, sondern ich bereite für meine Uni die Struktur vor oder zum Beispiel die Aufnahmetechnik. Und das ist ja natürlich nochmal eine ganz andere Perspektive und es geht irgendwie auch sehr, das heißt ja, es geht ziemlich genau in die Richtung, die Johnny gerade angesprochen hat, weil irgendwie muss man, wenn man für eine Uni mitdenkt, das sind ein paar andere Sachen, als wie wir jetzt oft in unseren Streams. So, ich will das, ich mache das alleine, Kamera aufgebaut, fertig. Und das Spannende ist, dass die in so einem Ökosystem, ich will es mal als Dreieck bezeichnen, also es gibt irgendwie die Universität Kassel, dann gibt es eine Software, die heißt Panopto als Software und das Ganze ist eingebettet mit dem Partner Panasonic als Hardware-Partner sozusagen. Und da schauen wir wirklich einfach mal rein. Es gab auch eine Studiotour, kann ich auch gleich noch was zu sagen. Und wir hören uns den Anfang und ungefähr hier bei 1,52 was an und dann können wir ja einfach mal, so, jetzt muss ich mal kurz gucken, das hört man. Johnny, du kannst ja gleich mal sagen, ob es zu laut oder zu leise ist. So. Wir sprechen jetzt aktuell über 23 Hörsäle, die wir komplett mit jeweils mindestens zwei Kameras ausgestattet haben an der Stelle, um eben auch verschiedene Einsatzszenarien, die die Lehrenden fahren wollen, eben auch abbilden zu können. Und ich habe halt nicht viel früher, ich muss kein Audio mehr verlegen, ich muss kein Video extra verlegen, ich stecke das Ganze jetzt nur noch ins Netzwerk. Die NDI-Technologie, die in den Kameras drinsteckt, liefert mir alles, was ich brauche direkt. Ganz kurz zu diesem Twitch-Feature. Ja, Matthias, du müsstest das jetzt hören. Nee, ich höre es leider nicht. Okay, dann höre ich. In den Mischer rein oder auch hier. Dann machen wir mal für eine Person. Ich habe gerade so gemacht, weil der Sebastian, der mich auch eingeladen hat, wir machen es, deswegen habe ich uns nicht lange gemacht, er hat gerade gesagt, ich habe nur einen Stecker. Das läuft über das Netzwerk, plus NDI-Technologie, bam. Und das ist natürlich für alle, die sich darum kümmern, das ist halt ein ganz hartes Brett zu überlegen, wie kriege ich Ton und Video in alle Hörsäle, in meine zentrale Einheit. Eben auf die Rekorder rein und ich bin quasi in kürzester Zeit aufnahmebereit. Als nächster Schritt der Entlastung des Lehrenden wären die Autotracking-Kameras, die auch angeboten werden von Panasonic, sodass der Lehrende sich wirklich einfach auf seinen Inhalt konzentrieren kann, den er darbieten kann und die Technik völlig vergessen kann, sodass auch wir als Unterstützer... Was ich hier ganz cool finde, wenn ich einmal anhalten darf, ist, dass es eben fest verbaut ist. Also immer das, was wir irgendwie immer gesagt haben und ich habe auch tatsächlich in keinem dieser Räume und wir haben uns auch echt eine coole Tour bekommen, da ist das, was du auch oft in deinen Fotos zeigst, also die ganzen Konsolen vorne in den Aufnahmebereichen, also im Vorlesungssaal wohlgemerkt, teilweise auch in den Seminarräumen, das ist da fest drin. Und wirklich das Ganze, also teilweise auch die Zeichentablets, eine Dokumentenkamera, also eine Overhead-Kamera, fest verbaut. Und ich war sehr beeindruckt. Er zeigt jetzt gleich noch, will ich einfach auch noch kurz zeigen. Genau, warte mal, machen wir noch mal kurz Pause, bevor du weitergehst. Also ich glaube, ich habe jetzt, wie gesagt, ich habe den Ton nicht gehört, ich habe jetzt nur ein bisschen die Unterricht mitgelesen und die Bilder gesehen. Ich glaube, es sieht recht ähnlich aus zu der neuen Technik, die wir uns im Magdeburg hinbauen. Also Johnny Sepp schreibt auch noch, ich habe mir jetzt nämlich ja auf dem Handy mal auch aufgemacht, parallel. Ja, also vielleicht kann Johnny noch was zu schreiben, PTZ via NDI haben wir fallen gelassen. Wäre natürlich irgendwie eine Frage, warum. Also ich glaube, bei uns ist das jetzt so, dass wie die Kameras genau angeschlossen sind, keine Ahnung, aber es geht relativ schnell auf Ethernet. Und im Prinzip alles ist über Ethernet miteinander verschaltet, weil man damit dann relativ einfach das hinbekommt, Bild und Ton von einem Hörsaal in einer anderen Hörsaal zu bekommen, das auf einen Aufnahmeserver zu bekommen und das sozusagen schön irgendwie im Gebäude zu verteilen. Und zum Beispiel, wir haben ja so ein Tracking mit diesen Laserscannern und die sind eben auch zum Beispiel über Ethernet angeschlossen. Also ich glaube, eine wichtige, ich glaube, das habe ich auch schon mal in einem vorherigen Stream erzählt, eine wichtige Voraussetzung, die bei uns noch nicht gegeben war, es mussten nochmal neue und mehr und bessere Ethernet-Kabel verlegt werden in den Hörsälen an die entsprechenden Stellen. Also die Räume mussten natürlich nicht werden, bevor man überhaupt die Technik einbauen konnte. Ja. Und klar, PoE, Power over Ethernet, sowas kann man natürlich irgendwie sehr nett benutzen, um so Sachen zu betreiben, wobei ich glaube jetzt, dass dann vermutlich noch das allergeringste Problem ist, irgendwo da, wo die Kamera eben fest verbaut ist, auch noch einen 230-Volt-Anschluss in eine Steckdose hinzulegen, in der man den Netzteil reinsteckt. Und klar, Presenter-Tracking, ich glaube, das ist das, wenn man jetzt so mit eben PTZ-Kameras was baut, dann will man auch ein Tracking haben, zumindest eins, was irgendwie so semi-automatisch funktioniert, mit ein paar Presets und mit ein paar Zonen und irgendwie einer Person, mehreren Personen, weil niemand nie möchte ja mit diesen Fernbedienungen, die man so kennt, jetzt dann irgendeine Kamera bedienen, ich meine, das macht einfach keinen Spaß. Du willst ja auch wenig intuitiv, kostet Zeit, man muss dann irgendwie die Sachen, die man hat, aus der Hand legen, diese Fernbedienung nehmen, das ist einfach nicht schön. Und das ist diese erste Anwendung, dass ich sage, jemand ist im Vorlesungssaal und bei all der didaktischen Aufbereitung, das wird es einfach immer noch weiterhin geben. Allein, wenn ich größere Events habe, dann will ich ja auch so Räume benutzen und dann, wir sagen jetzt immer Vorlesung, aber es ist ja, was man auch immer macht und wenn da Science Slam Evening ist, dann streame ich eben das. Dann ist aber alles schon da und ich muss irgendwie, dann stolpert keiner über Kabel und Co. So, jetzt dieser zweite Fall ist eher so ein, jetzt gehen wir so ein bisschen sozusagen, wo wird das denn alles zentral gesteuert und das war auch für, jetzt auf der Konferenz für alle einfach auch sehr wichtig, dass es eben für die ganze Uni funktioniert und da kommen ein paar, also große Technikaufbauten und dann kann ich noch ein bisschen was dazu sagen, was da noch links und rechts war. Ich habe einmal hier den HLC 100 Videomischer, wo ich mir erst mal alle 46 Uhr in 70, die wir jetzt hier an allen fünf Standorten verbaut haben, eben reinholen kann, mir das Bild angucken kann, fernsteuern kann und also irgendwie die ganzen Hörsäle, die dann angeschlossen sind, ich kann es auch noch mal groß machen, können noch mal einzeln angesteuert werden, das ist glaube ich einfach ein wichtiger, wichtiger Punkt. Was man zu den Räumen vor Ort noch sagen kann, das fand ich einfach super krass aufgebaut. Hier links, man hat es in der anderen Anstellung gerade noch gesehen, ich habe leider nicht verpasst, Bilder zu machen. Hinter ihm ist sozusagen das eigentliche große Studio, man sieht so ein bisschen Filmrollen und auch so die abgesenkte Deckenplatte. Mit dem Kontrollraum, also so wie das tatsächlich bei uns auch ist, in einem anderen Raum hatten sie ein eigenes Podcast-Studio, auch mit so Sesseln und Co., dass man sozusagen das auch trennt, dass man nicht, ja man kann ja in einem Videostudio aufnehmen, aber die meisten Sachen brauchst du nicht, du brauchst kein Teleprompter, du brauchst die Kameras nicht, also eigener Raum. Davor hatten sie, das war quasi so Waben-mäßig aufgebaut, auch einfach sich schlau überlegt, wo man so ein Studio reinbaut, erst mal so ein Besprechungsraum, dass man sozusagen sich um einen großen Tisch, dass man auch wirklich, ja wie so eine Redaktionssitzung auch einfach nochmal vor so einem Aufnahmetag machen kann, einfach, das klingt so trivial, aber. Ich meine bei Podcasts relativ häufig, dass es nochmal ein kurzes Vorgespräch gibt, schon allein, weil man ja manchmal oder dann doch relativ oft irgendwie Personen zusammenbringt, die sich unterhalten sollen in so einer Gesprächssituation, die sich vorher nicht unbedingt kennen oder auch noch nicht so richtig gesehen haben, das ist natürlich nicht verkehrt, mal vorher kurz irgendwie Shake-Ins zu machen und sich ein bisschen auszutauschen. Natürlich, ich komme gleich auf deinen Punkt hin, was ihr mit One-Click dem Ansatz gemacht habt und dann haben sie tatsächlich noch einen Raum für, natürlich früher einen Schnittraum, weil man einfach andere Hardware gebraucht hat, aber einfach nochmal einen Raum, der gar nicht mit Aufnehmen und Co., sondern mit diesem ganzen Post-Processing zu tun hat, auch mehrere Bildschirme und Co. und das in Summe und hinter dem Studio kommt dann nochmal eine Medienwerkstatt und die Anzahl an Räumen, die einfach für verschiedene Dinge genutzt werden können, also irgendwie Dinge, also irgendwie, das war für mich so die beste Welt, das Beste aus fest verbaut, also Studio und Co., aber auch, ich kann gewisse Räume modular benutzen und das hat mich echt geflasht und das passiert tatsächlich nicht oft, weil ich ja schon auch ein paar Sachen natürlich gesehen habe und die Erwartungen entsprechend hoch sind, aber, also fand ich, fand ich einfach großartig, er erzählt jetzt tatsächlich noch weiter, wie Dinge genutzt werden und die Szene würde ich jetzt auch noch zeigen und dann kommen wir nochmal zu dem One-Stop-Button-Aufnahme, weil er, also es ist einfach ein gutes Schlagwort von Johnny. Das ist jetzt Panopto und man sieht schon so ein paar Sachen, automatische Überschriften, Erkennung und das ist jetzt wie gesagt dieser andere Fall, dass man sagt, okay, ich will einfach relativ leicht aufnehmen. Blick zu behalten, was läuft gerade an Aufnahmen, was läuft an Livestreams, um da schnell eingreifen zu können, hab da dann nochmal einen Arbeitsplatz mit dem RP150, um eben alle Kameras, die wir an allen fünf Standorten verbaut haben, eben auch nochmal abgesetzt kontrollieren zu können, wenn wir hier mit zwei Kameraoperatoren zum Beispiel arbeiten bei größeren Produktionen. Ist natürlich auch wichtig, wir haben hier einmal das Production Center, wo ich jetzt eben, wir machen halt nicht nur die klassische Lehrveranstaltungsaufzeichnung mit der zentralisierten Technik, sondern können eben auch große professionelle Live-Events mitfahren. Und das finde ich tatsächlich echt krass für eine Uni, die sagt, wenn wir jetzt irgendwie hier, weiß weiß ich, große Gäste, große Veranstaltungen, dann brauche ich keine zusätzlichen, dann muss ich das nicht nochmal einkaufen und nicht nochmal ausschreiben und Co., sondern ich mach das mit den Leuten, mit denen ich auch sonst zusammenarbeite und das fand ich tatsächlich sehr, sehr beeindruckend. Genau, Abschlusspräsentation vom Lego-Praktikum. Zum Beispiel, irgendwie, einmal im Jahr ist oder einmal im Jahr ist mindestens gerade Irtenfeiert, dann machst du mal sowas wie ein Citizen Science Abschlussding, dann machst du einen Sci-Com-Abend. Ja, genau, also ich, das bedingt, das eine bedingt natürlich das andere, also dass man dann diese Infrastruktur hat, das lädt natürlich dazu ein, dass man dann solche Wissenschaftskommunikations-Events eben auch einfacher online oder mit für die Online-Welt produzieren kann. Also was, was wir glaube ich, also was ich immer so ein bisschen schade finde, weil, weil man damit glaube ich nochmal irgendwie deutlich mehr Leute erreichen würde, als wenn man es eben nur Präsenz in dem Hörsaal macht, also ich meine, das ist eben toll, man hat Live-Publikum, das stellt Fragen, das ist schön für die Vortragenden, weil die irgendwie so ein direktes Feedback haben, aber nicht jeder kann und will eben zu dieser Uhrzeit exakt zu der dann im Hörsaal sein und sich das anschauen, also mit einem Livestream erreicht man nochmal mindestens genauso viele Leute, wenn man den eben auch irgendwie gut ankündigt auf einem ordentlichen Kanal und ich meine mit einer Aufzeichnung eben auch. Da hat man immer, okay, das Problem, manche Vortragenden, die möchten eben nicht aufgezeichnet werden und so, aber also selbst so ein Livestream ist ja dann auch schon mal eben eine Möglichkeit, das Publikum, ich sag mal, zu verdoppeln oder eben eine größere Reichweite zu erreichen und ich glaube, wir machen das bei uns eben häufig nicht, weil, naja, der Aufwand ist dann in einer wirklich guten Qualität hinzubekommen, ohne so ein festes Setup dann eben doch zu groß ist und wenn man dann jedes Mal eben so das Medientechnik-Team anrücken lässt für sowas, um das dann praktisch professionell zu produzieren, den Aufwand geht man dann eben auch nicht und klar, also da fehlt dann eben solche Zwischenlösung. Johnny, ganz kurz eine Nachfrage, also ihr habt ein Studio, das wird aber nicht richtig genutzt, höre ich so ein bisschen raus und dann schreibt er auch in San Francisco, customizable, synchronisiert mit Kalender, der kommt rein, drückt einen Button, genau und irgendwie brauchst du die Überlegung als Zentral-IT, welches System wollen wir denn, das muss irgendwie eingerichtet werden und dann muss es eins, maximal zwei Klicks bis, klar, genau, wenn sich irgendwie die, auch irgendwie Sachen verschieben, Vorlesungen finden trotzdem doch nicht statt oder woanders in einem anderen Raum, dann muss natürlich auch ein anderes System, also das muss irgendwie auch synchronisiert werden, das klingt, das klingt absolut vernünftig. Thema bei uns ist da primär Barrierearmut, die, die nicht körperlich dabei sind, können Audiokanale einfach rausziehen und klochen, oh, das klingt auch sehr cool. Ja, genau, aber ich meine, das ist ja was, was ich schon immer propagiert habe, ich meine, dass eben super viele Leute, denen man das ja sonst eben vielleicht auch nicht ansehen würde oder wie, ja, also, wer gibt denn gern zu, dass er sozusagen irgendwie eingeschränkt ist an der einen oder anderen Stelle, also, dass man eben durch Online-Formate viel mehr Leute erreicht hat, die dann, die irgendwie schwer hören können, die schlecht gucken können und die sich das dann eben in einer, in einem Stream, in einer Zoom-Konferenz, in einer Aufzeichnung praktisch beliebig laut und auf einem riesengroßen Monitor beliebig groß anzeigen können, wenn man alles digital hat, man kann Untertitel machen, man kann irgendwie automatisch übersetzen, man kann, man kann lauter solche Sachen machen, die eben in so einem rein Live-Setting, also, auch Studierende, für die Deutsch keine Muttersprache ist, sondern Zweit- und Zusatzsprache, können sich dann Videos langsamer anschauen, ja, wenn Leute eben sehr schnell sprechen, dann schaut man sich das Video nur auf zwei Dritte der Geschwindigkeit oder sowas an, genau, oder beingebrochen, ja, und ich meine, das ist so, also, das klingt immer so, wie, das sind jetzt so die Sonderfälle, die man damit erreicht, glaube ich gar nicht, also, wenn du, wenn du eine, einen Kurs hast mit 100 Leuten, da sind immer zwei, drei, vier, fünf Leute dabei, die gerade irgendwie irgendwas haben und eben nicht live in den Hörsaal kommen können. Und genau, ja, also das, Johnny Sepp, da bin ich, ja, und klar, das ist natürlich die Frage, was man für eine Übersetzung nutzt, ob das dann irgendwo in der Cloud übersetzt wird oder ob man das lokal übersetzt wegen Datenschutz, aber, das ist ja auch eine absolut technische Frage, also, es geht, und irgendwie, genau, das ist auch eine technische Frage und ich meine für die, also, das eine bedingt auch wieder so ein bisschen das andere, wenn ich das dann eh veröffentliche, dann kann mir Datenschutz an der Stelle im Prinzip auch erstmal egal sein, solange man irgendwie wieder keine Namen der Studierenden nennt und, und ich meine, was für diese Live-Transkription natürlich auch wichtig ist oder die Qualität, die Erkennungsrate deutlich verbessert ist, wenn man eben eine gute Audioqualität hat, wenn man wieder gute Mikrofone hat, wenig Hall im Raum und so. Ja, ich habe tatsächlich ein Laufmikrofon. Ah, okay, ich verstehe jetzt hier, Cisco nutzt Google, okay, das ist dann natürlich so. aber in Johnnys Fall könnte man ja tatsächlich irgendwie auch, ähm, du kannst ja die Audiospur durchaus rausziehen, du bist ja rein von der physischen Gegebenheit ja durchaus in der Lage, dir die Spur nochmal rauszuziehen, dann wird die halt woanders aufgelöst, musst du halt irgendwie, also, ich will nur darauf hinaus, und ich fand auch dein Punkt gerade zur Inklusion oder zur Barrierefreiheit einfach gut, dass man nicht fragt, ähm, wer hat denn hier was? Einmal irgendwie kurz einen Strich. Ja, aber ich glaube, so wird oft das ganze, das ganze Thema gedacht und dann so, ja, gut, dann einfach, einfach PDF vorlesen lassen, so, äh, das ist halt nicht, genau, super, also das war einfach eine, eine schöne Konferenz und auch einfach inhaltlich, ähm, viele, die einfach auch Lösungen und praktikable Dinge mitgebracht haben, ähm, mal mehr, mal näher an, an unterschiedlichen Projekten, unterschiedliche Fakultäten, also im Sinne von, wir, also, irgendwie, also, ganze Unis sozusagen, irgendwie, eher, eher mehr Technisches, eher mehr Künstlich, Musisch, Theologisches, wenn man so will, und, ähm, einfach auch Menschen, die, ich hab dann zum Beispiel auch, äh, gesagt, ja, das Lernziel, bestimmt, welches Format man produziert, und dann haben Leute einfach genickt und gesagt, so, ja, also, es war irgendwie so, äh, my people oder our people sozusagen, und es war so ein bisschen so die Community, man konnte sich mal gegenseitig auf die Schulter klopfen und sagen, ja, auch irgendwie, dass man, zum Beispiel Datenschutz war auch voll das Thema, dass man halt auch sagt, ey, es gibt verschiedene Settings, und, ähm, das ist irgendwie wichtig, aber dass man das nicht als, als Roadblock nimmt und sagt, ah, ach, schade, geht nun, sondern dass man irgendwie sich auch ausgetauscht hat, so, aber wie ging das denn jetzt bei euch, wie habt ihr das denn, ja, so wie Johnny sagt, durch, durch Datenschutz durchbekommen, das ist ja auch ein absolut valider Punkt, dass das durch den Datenschutz abgesegnet wird, und da ist mir auch mal wieder so wirklich aufgefallen, was, wie, also, dass natürlich Dinge dauern, und dann haben wir auch so ein paar aus dem, gerade in den Pausen ein bisschen dann auch, auch wie lange Dinge dann dauern, bis, ähm, das abgesegnet ist, genau, also was wahrscheinlich eben auch damit zusammenhängt, dass Beschaffung eben ziemlich lange dauert, ne, also wenn man dann eben so professionelle Sachen ausschreibt, und so, äh, genau, die ganzen Prozesse, nicht, dass nicht eben privat, ja, aber Dinge, die irgendwie Leute irgendwie Bock haben, die irgendwie was auch schon, auch einfach was vorzuweisen haben, es gab auch sehr schöne Beispiele, wie man das auch ins, also wirklich didaktisch in die Lehre einbringt, weil, wenn ich für, wenn ich zum Beispiel jetzt so eine Software habe, und jetzt ist es erstmal egal was, und die aufnehmen kann, also dieser zweite Anwendungsfall, Menschen nehmen zu Hause Dinge auf, und das auch meinen Studierenden zur Verfügung stelle, dann haben ja auch genau, dann habe ich da ja ein Lehrwerkzeug bekommen sozusagen, und das hat tatsächlich auch die Leiterin von, von, äh, Dr. Borchardt aus der Uni Kassel in ihrer Rede gesagt, dass das sozusagen mit, also das ist ja eine Zielgruppe von der Uni, ja, Studierende sind eine Zielgruppe von der Uni, das ist ja nicht nur die Lehrenden aus Lehrperspektive, und das, also viele, viele, viele gute Vibes aus, aus der Veranstaltung, ähm, Rahmenvertrag, da ging das schnell, ja, gut, wenn man, ja, den muss man natürlich haben, genau, aber wenn man den nicht hat, oder wenn es den, wenn es in dem Rahmenvertrag nicht die Produkte gibt, die man gern hätte, dann, äh, zieht sich, zieht es natürlich einen sehr, sehr, sehr lang, ich hab, ich kann das mal in den Shownotes, wenn ich dran denke, noch verlinken, ich hab da ein sehr schönes Minut zu erstellt, das wurde auch sehr fleißig auf allen möglichen sozialen Plattformen geteilt, das kann ich dazu mal ganz gern teilen. Also, ähm, um vielleicht den Punkt dann erstmal aus Kassel, glaube ich, abzuschließen, es gibt dazu so einen kleinen, ähm, ja, Blogartikel will ich nicht sagen, aber eben eine Beschreibung von diesem Servicecenter Lehre Uni Kassel, den werden wir verlinken in den Shownotes, und eben das eben gezeigte YouTube-Video. Genau, genau, haben auch immer ganz schön White Case Study ausgemacht, genau. Genau, und Johnny Sepp schreibt noch, größte Veranstaltung war die von der Personalversammlung, ja, genau, ne, und ich meine, das sind, das sind genau solche Sachen, ähm, die, die an Unis eben auch passieren, womit man auch viele Leute erreicht, in dem Fall eben die Beschäftigten der Uni, Technologie, ähm, die aber natürlich genauso, genauso wichtig sind, ne, und für die man dann solche Technik eben auch gut nutzen kann, also, dass das eben nur für, nur primär für Lehrveranstaltungen genutzt wird, ist, glaube ich, immer viel zu kurz gedacht, sondern, eine Uni macht dann eben viel mehr. Absolut. Gut, so, wollen wir zum nächsten Punkt gehen? Habe ich das gerade so ein bisschen recht verstanden? Genau, dann würde ich nämlich, also, weil, ja, das Wort Panopto ist ja auch schon angeklungen, ja, ähm, die Software, die damit in Kassel auch genutzt wird, ähm, die haben wir jetzt auch an der Uni in Magdeburg mal getestet, wir benutzen bisher Mediasite, das ist, ja, aus meiner Sicht irgendwie auch okay, ich meine, ich veröffentliche ja meine Videos meistens, also, ich streame ja von Zoom nach Twitch in den allermeisten Fällen, dann können sich Leute das da anschauen, es gibt eine Aufzeichnung für zwei Wochen, die kann ich dann irgendwie runterladen, oder als Video on Demand bei Twitch veröffentlichen, oder irgendwie zu YouTube, YouTube exportieren, und da als dauerhafte Konserve zur Verfügung stellen, ähm, oder man kann eben, ja, genau, das ist das, was ich so mache, so, und im Prinzip dieses, diese Livestream-Funktionalität, die bietet diese Mediasite auch, und irgendwie kriegt man da auch ein Zoom-Meeting rangekoppelt, also, am Ende wahrscheinlich, indem man das Zoom-Meeting, naja, in OBS-Prinzip einbindet, als Quelle, und dann irgendwie von dort in die Mediasite streamt, also, so macht das, glaube ich, zumindest unsere Medientechnik, für auch einige Uni-Veranstaltungen, ähm, wo es dann sowas wie so ein internes Zoom-Meeting gibt, ja, so wie den Backstage-Bereich jetzt bei uns, bei Twitch, wo im Prinzip die Leute drin sind, und dann, anstatt, dass dort Leute öffentlich praktisch zuschauen, in diesem, oder hochschulöffentlich zuschauen, in diesem Zoom-Meeting gibt es dann eben einen Livestream auf dieser Mediasite, und man kann auf dieser Mediasite auch Videos hochladen, das habe ich früher auch mal gemacht, aber, naja, der Prozess ist eben auch ein bisschen schwierig, äh, hier und da, also, ich kann mich erinnern, das mag sich verbessert haben, aber, dass es da, dass da doch irgendwie so einige E-Mails, äh, hin und zurück notwendig waren, bis ich dann verstanden habe, wie das so wirklich irgendwie ging, also, es war auf jeden Fall bei weitem nicht so intuitiv, wie wenn man jetzt meinetwegen ein Video bei YouTube eben hochgeht, aber, also, ich will mal sagen, ja, wobei ich ehrlich bin, egal, was du einführst, das wird am Anfang ein bisschen ruckeln, dann, na klar, also, dann brauchst du irgendwie so eine Adaptionsphase, und am Ende sind alle froh, und dann ist man irgendwie doch ein Gewohnheitstier, und dann, ja, passt es eben auch, natürlich nicht als jetzt. Definitiv, aber ich meine, so, solche Plattformen wie YouTube, meinetwegen, oder keine Ahnung, jetzt eben WhatsApp, die sind ja deshalb schon, auch irgendwie deshalb so populär geworden, weil sie es irgendwie geschafft haben, den recht umfangreichen Funktionsplan, Umfang, den sie bieten, eben mit einer sehr einfachen und intuitiven Bedienweise zu vereinbaren, ja, was mit Sicherheit eben auch nicht ganz einfach ist, also, da ist bestimmt viel Gewohnheit eingeflossen. Die Frage ist, ob du die, ob du das Produkt YouTube, sowohl durch Datenschutz, als auch durch deinen internen IT-Planungsrat bekommst, um mal so ganz paar Begriffe in den Mund zu nehmen. Genau, das ist, das ist natürlich genau die Sache, ja. Ja, sehr gut. Und als Alternative zu dieser Media-Site, die leider, und das ist glaube ich so der Hauptknackpunkt, eben nicht mit dieser neuen Hörsaaltechnik und mit diesen ganzen LAN-Schnittstellen da kompatibel ist, also die passt irgendwie nicht an dieses Format daran, haben wir uns jetzt eben mal irgendwie Panopto angeschaut und ich habe mal testweise eins von meinen Videos dort hochgeladen, also so wie ich das so machen würde. Ich glaube, der Test ist schon wieder vorbei. Das ist sozusagen das Problem. Also ich glaube, wir haben sowas wie so ein, weil Panopto ist natürlich auch was kommerzielles und ich glaube, wir haben sowas wie so eine Monatstestlizenz irgendwo ausgeklickt und haben uns das für diesen Monat mal angeschaut und ja, also ich habe mal so meinen typischen Workflow, der ist natürlich die Frage, ob und wie repräsentativ der ist, so für andere Lehrende, aber also ich habe eine Live-Veranstaltung bei Twitch gestreamt, es gab eine Aufzeichnung, die habe ich von dort runtergeladen, habe sie dann bei Panopto hochgeladen, so wie ich sonst ein Video bei YouTube hochladen würde und habe im Endeffekt ja Metadaten hinzugefügt, Titel, Beschreibung, sowas wie Links, Prinzip, Show Notes, wenn man so will und habe das Video so ein bisschen zurechtgeschnitten, so wie ich das sonst auch mache, also Anfang und Ende irgendwie auf den Pre-Stream und Post-Stream weggeschnitten und nur den eigentlichen da gelassen und das funktionierte aus meiner Sicht eben relativ gut, also ähnlich gut und ähnlich einfach und ähnlich intuitiv und auch schnell wie bei, wie wenn man das Video eben bei YouTube hochladen würde. Willst du denn das nochmal testen oder kriegt ihr nochmal Zugriff? Also ich habe auch natürlich im Rahmen der Konferenz so einen kleinen Testzugang bekommen. Willst du das auch nochmal testen? Naja, ich glaube bei uns hängt es jetzt daran, A, Datenschutz müsste auch irgendwie zustimmen, weil wir uns eigentlich auch ganz gern für solche Cloud-Variante entscheiden würden, also dass die Daten dann eben nicht auf einem eigenen Server gespeichert sind, oder zumindest die, die man eben wirklich veröffentlichen möchte, auch auf einem Server bei Panopto. Also ich glaube einfach, weil das diese Lizenz günstig macht, keine Ahnung. Ja, und sozusagen, es kostet eben Geld und das haben wir, also keine Ahnung, das muss man natürlich irgendwie erstmal haben. Dinge kosten Geld, ja. Dinge kosten Geld, ja. Ja, okay. Also was ganz witzig ist, man kann zu Videos im Prinzip auch direkt einen Foliensatz hochladen, oder ich glaube... Du präsentierst quasi direkt deine PowerPoint. Naja, also kannst du machen. Muss du. Nee, der Punkt ist folgender, dass dann das... Und ich glaube, der lässt über den gesamten Videoinhalt, weil das schon eben auch so ein Produkt ist, was jetzt, ne... Ich meine, YouTube ist eine Unterhaltungs-Video-Plattform, keine Lehr-Video-Plattform. Und Panopto versteht sich, glaube ich, schon als Lehr-Video-Plattform. Also haben sie sich noch so ein paar Features überlegt, die eben für die Lehre interessant sind. Also ich weiß nicht, ob das nur mit dem, du lädst, auch parallel Folien-Hoch-Feature funktioniert, oder ob das generell für jedes Video funktioniert, in dem eben, sage ich mal, Folien-ähnliche Inhalte gezeigt werden. Die lassen da meines Erachtens eine Texterkennung drüber laufen, und du kannst eben... Ja, was ja so ein Riesen-Nachteil ist von Erklär-Videos, die sind nicht schnell scannbar, ne? Ich kann mir... Also ich kann mir ein längeres Skripten irgendwie... eine Übungsaufgabe, eine Praktikumsbeschreibung... Wenn ich nicht viel Zeit habe, kann ich die mal so ein bisschen diagonal lesen, Ich habe folgenden Vorschlag. Sorry, dass ich dich hart unterbreche. Lass uns das... Lass uns mal einen Test machen, und das dann das nächste Mal zeigen. Weil ich glaube, das spricht einfach viel mehr Bilder wortwörtlich. Das können wir mal machen, genau. Also wir können ja mal nächstes Mal so ein Walkthrough durch das Ding machen. Weil ich habe es mir angeguckt, es funktioniert auch Videoperspektiven, so mein Steckenpferd, funktioniert echt gut. Ja, lass uns das einfach machen, und dann können wir einfach mal gucken, wie sehr man Dinge anpassen müsste für unseren Workflow. Genau. Also die lassen eine Texterkennung drüberlaufen, meines Erachtens, so dass man... Riesenvorteil, dass man Volltextsuche machen kann, in Videos, in den Folien, in Bildschirmfreigaben. Vor allem kriegst du, wenn du unterschiedliche... Folien haben ja unterschiedliche Überschriften, und das könnte man ja auch nutzen für andere Elemente, und dann kriegst du den Timestamp, wann die nächste Folie zum Beispiel aufgerufen wurde. Genau, genau. Sowas in der Art, ja. Genau. Und ich meine Nachteil, Nachteil ist eben Preis, was wir uns jetzt noch mal anschauen wollen, ist Opencast, das ist eben auch eine freie Software, die wird auch schon an anderen Hochschulen in Sachsen-Anhalt verwendet, zum Beispiel irgendwie in Halle. Die hat aber den Nachteil, dass man da, dass die eben keinen Streamingdienst eingebaut hat, also die ist eben nur für Video on Demand, wäre aber ansonsten eben auch kompatibel mit unserer neuen Hardware, also man kann dort aufzeichnen, aber man kann jetzt eben irgendwie nicht Livestreamen. Okay. Und... Das ist ein bisschen Musik in Magdeburg, was die Hörsaaltechnik angeht. Ja, genau. Okay. Und also, was mich jetzt so verwirrt hat, das können wir uns ja beim nächsten Mal anschauen, ist, dass es in Panopto jetzt irgendwie auf den ersten Blick erstmal super viele Einstellungsmöglichkeiten gibt, und da ist so ein bisschen die Frage, welche davon sind wirklich wichtig, und welche sind irgendwie nice to have und so. Also das hat... Ich meine, das hast du ja auch bei YouTube so ein bisschen, wenn du ein Video hochlegst, dann klickst du irgendwo unten auf Mehr Einstellungen. Da melzt Text, Aufnahmeort. Genau, nochmal so ein riesen Fensterchen auf, und da ist eben die Frage, was man da so machen kann. Wobei das andere Software auch hat. Also zum Beispiel Zoom hat ja auch super viele Attribute mittlerweile. Und die man sich eben auch erst so langsam sukzessive freischalten muss. Oder wo man sich so hochlevelt in der Bedienung. Genau, und das meine ich ja also, das ist ja schon interessant, wie ich sage, dass sie sowas aus... Du hast ein sehr komplexes Produkt und du schaffst trotzdem eine intuitive Bedienweise. Die Frage ist ja auch, wie viele Dinge, ich nehme mal, also ich würde jetzt mal... Also wie viele Einstellungen gibst du als Systemadministrator oder als Infrastruktur, IT, also wie der zentraler Dienst, wie viel gibst du weiter? Und was sagst du auch, ist Pflicht? Und ich glaube so... Genau, oder welche gibst du eben vor? Wo sagst du, das ist jetzt irgendwie so ein Preset und da darf nichts daran erinnert werden. Was man auch noch machen kann aus Lehrvideo, Erklärvideo-Sicht, natürlich sehr spannend, man kann direkt in die Videos Quizze einbauen. Ja. Ja, also was ja sonst wieder über... Hier, was Jörn Lovis-Schach ganz früher mal hatte, Capira, was es nicht mehr gibt oder was man jetzt irgendwie über H5P sonst machen würde. Also du musst das Video irgendwie exportieren, dann musst du in H5P rein, dann... Du brauchst halt auch eine H5P-Engine, ne? Also... Genau, und dann brauchst du wieder eine H5P-Engine, das heißt, du brauchst einen Moodle oder einen WordPress oder irgendwie was, wo du H5P reinbekommst, dann bist du wieder abseits dieser Videoplattform, dann hast du wieder so einen Medienbruch drin. Und ich meine, das ist... Natürlich ist dann wieder die Frage, ähm... Wer erstellt die Quizze? Wo kommen die Quizze her? Also das kostet dann wieder Zeit, Quizze in die Videos reinzubauen, kriegst du in die Quizze, Formeln rein, kriegst du da Bilder rein? Also wie, ne? Wie lang darf der Text für die Quizze sein? Ich meine, ich habe ja jetzt auch schon irgendwie sehr, sehr, sehr viel Erfahrung mit Quizzen auf unterschiedlichsten Plattformen. Die Erfahrung zeigt, du kannst nicht, niemals, nie das eine Quiz nehmen aus der Plattform exportieren und in die andere Plattform übertragen. Du musst immer händisch irgendwie was anpassen. Ganz kurz zu händisch anpassen. Johnny hat auch gefragt, ob man das jetzt alles eingeben muss. Nee, es ging um die Metadaten für die Folien, um sozusagen Kapitelmarken konkret bestimmen zu können. Es ging jetzt nicht darum, ist das eine MP4 oder ein anderes Format? Also jetzt nicht Dateitypen-Metadaten, sondern was passiert inhaltlich? Inhaltsdaten. Genau. Und der Kommentar davor, also Spiegelhörsaal, ja, sowas soll es in Magdeburg auch wieder geben. Das war ganz früher mal möglich. Ich weiß nicht, ob ich da schon mal von erzählt hatte. Meine Frau und frühere Freundin, die hat ja Betriebswirtschaftslehre studiert und obwohl der größte Hörsaal in Magdeburg knapp 500 Personen passt, waren sie eben damals sowas wie 800 Personen oder so in den ersten Semestervorlesungen. Und das war schon praktisch Anfang der 2000er Jahre möglich und üblich, dass man live eine Vorlesung aus dem einen Hörsaal in den einen anderen Hörsaal übertragen hat. Das geht jetzt nicht mehr? Naja, also mit unserer aktuellen Technik geht das nicht so ohne weiteres. Okay. Ich hätte eine Idee, wie das immer geht, wenn der Lehrende von zu Hause streamt und man überall den streamt. Aber egal, egal. Nein, also, ja klar, du kriegst es natürlich hin im Sinne von jemand, jemanden Assistent geht in den zweiten Hörsaal, stellt da einen Laptop hin, macht ein Zoom-Meeting auf. Ja, aber das ist ja nicht Sinn der Sache. Das ist ja so, da sind wir so kurz vor E-Mail ausdrucken und reinscannen. Genau, es gibt keine One-Click und wahrscheinlich keine Ahnung, wie sie das früher technisch gelöst haben. Ich meine, früher wird das auch keiner irgendwie mit einem Medienkonverter überladen und was auch immer übertragen haben. Also wahrscheinlich, weiß ich nicht, keine Ahnung, wie sie es gemacht haben. Okay, also wir halten mal fest, wir halten mal fest, wir probieren das aus. Ich habe es auch schon so auch angetestet und gucken uns einfach auch nochmal im, vielleicht nehmen wir auch ein paar Sachen auf, weil es ist schwierig, sein Bild rauszusenden und gleichzeitig aufzunehmen. Müssen wir mal gucken. Kriegen wir bestimmt hin. Genau, und ein letztes Feature, nur ganz kurz angeteasert, dass man auch von das, was ich ja sonst immer mache, weil mein Laptop ja nicht, oder weil Laptops, die man eben im Lehrveranstaltungsraum hat, typischerweise nicht die potentesten sind, von Zoom nach Twitch streamen. Das Zoom-Meeting auf dem Rechner läuft relativ ressourcenschonend. Die Zoom-Cloud kümmert sich dann darum, irgendwie das Number Crunching zu machen und dann irgendwelche Video-Formate hin und her zu schubsen, um das nach Twitch zu streamen, dass das eben auch geht. Also man kann von Zoom, könnte man direkt nach Panopto streamen, sodass es dann eben auch in Panopto eben direkt eine Aufzeichnung gibt. Und dass man wieder so dieses hat, es gibt dann eine URL, einen Zugriffs-Link, den man mit den Studierenden teilen kann, wo die wissen, okay, wenn diese Lehrperson so und so online ist, dann findet man das eben unter der und der URL. Ja, sehr gut. Gucken wir es auch an. Genau, also können wir mal probieren. Das ist natürlich die Frage, ob man das jetzt irgendwie live hinbekommt. Aber man kann ja ein paar Stream-Cloud zeigen. Also ein Rockthrough durch Panopto können wir auf jeden Fall mal machen. Das ist bestimmt nicht verkehrt. Sehr gut. Ich habe noch was Kurzes. Wir haben quasi ein Text-Schlaglicht gemacht. Jetzt machen wir mal kurz ein Paper-Kurz-Schlaglicht. Und zwar ist endlich was publiziert worden, meinerseits. Hat ein bisschen gedauert. Hintergrund war ein MOOC, den wir letztes Jahr im Sommer gemacht haben. Dann muss man das irgendwie, muss man Daten herausfischen und irgendwie aufarbeiten. Geplant wurde das quasi von mir vor einem Jahr. Also irgendwie stecken da so anderthalb Jahre Arbeit drin. Und ein zartes Pflänzchen, das endlich in die Papierpresse, das klingt komisch, egal, geschickt wurde. Und zwar habe ich mir letztlich verschiedene, ja auch wieder Sci-Com-Formate oder YouTube-Formate angeguckt. Ist komplett open access, werden wir einfach verlinken. und Endform-Lied oder das war so zu lang oder zu lang nicht gelesen. Ich habe mir so ein Fohlen-Format angeguckt. Ich habe mir so ein Zeichen-Tablet-Malen-Format angeguckt. Dann Legetechnik von oben und nochmal so der YouTube-Stil mit Einblendungen, Stockpictures, drei verschiedene Videokameras. Alles der gleiche Text, alles das gleiche Thema und auf den Buchstaben genau gleich aufgenommen mit Teleprompter. Okay, also alles, was wir mal in unserem, die Kaffeefahrt durch die Erklär-Video-Aufzeichnungsformate uns mal angeschaut haben. Unter anderem. Sehr gut. Und also auch beschrieben, Moment, ich habe irgendwo noch eine schöne Tabelle, also irgendwie, woraus es besteht, wie viele Leute, ist das irgendwie sehr organisch, ist das irgendwie eher mit dekorativem Licht und Co. Und dann habe ich mir angeguckt, Lernleistung, Nutzerverhalten und wahrgenommene Qualität. Endformulitis, nur die wahrgenommene Qualität ist unterschiedlich. Das YouTube-Video wurde am besten wahrgenommen und spannend fand ich einfach, dass es keinen Unterschied in der Lernleistung gibt. Das heißt, das runterliegende Skript, so unsere Argumentation, und die Art, wie man, also die Art, wie man es aufnimmt, ist nicht so wichtig. Das runterliegende Skript, die Idee dahinter sozusagen, ist relevanter als das eigentliche, Lege habe ich jetzt, Lege-Technik. Genau, wie das Format. Und genau, auch mit super vielen Leuten und auch echt darauf geachtet, super viele Leute auch zu gucken, dass man das richtig filtert und statistische Tests. Genau, das wollte ich einfach auch noch mit euch teilen. und es ist auch schon das zweite Experiment in der Reihe mit ähnlichen Ergebnissen und das fand ich einfach spannend, weil ja immer die Frage, ja, und was ist besser und Zeichnen, also Khan Academy, Tablet Drawing, funktioniert alles, ist tatsächlich die Aussage. Wissenschaftlich funktioniert alles. Die Frage ist, wie viel Arbeit man sich im Vorfeld macht und natürlich gibt es da noch so ein paar Dinge, die funktionieren einfacher, aber ich finde es sehr befreiend. Als Lehrender kannst du dir überlegen, was passt zu mir, was passt zu meinem Thema und sich dann über, auch welche Werkzeuge habe ich. Brauche ich eine Overhead-Kamera, wenn ich keine habe? Ja, nee. Genau, fand ich irgendwie ein ganz schönes Ergebnis. Ja, ist im Prinzip mal ein sehr interessantes Ergebnis, dass man, ja, also dass man dann als Format eben das nutzen kann, was einem vielleicht als Lehrperson dann auch am meisten selbst zusagt oder Spaß macht oder was vielleicht auch dann tatsächlich ganz gut zum Inhalt und zur Thematik passt. Das ist aber, naja, und ich meine das, also was vielleicht nochmal spannend wäre, natürlich so ähnlich zu untersuchen, wie ist es jetzt so mit der Produktionsqualität? Also ich kann ja Legetechnik irgendwie gut und schlecht machen. Ich kann, ja, so andere Formate irgendwie gut und schlecht machen. Also das wird natürlich so Popularität zumindest irgendwie so eines Videos schon ändern. Ob das jetzt großartig was am eigentlichen Lernerfolg ändert, sei auch mal dahin. gesteht, also wie gesagt, die wahrgenommene Qualität. Ich werde es mir auf jeden Fall mal durchlesen. Ja, sehr gerne. Also wie gesagt, natürlich ist das, also wir haben natürlich dafür gesorgt, dass irgendwie, also es war alles hochwertig aufgenommen. Natürlich, wenn du jetzt anfängst in einem Video da Bildschleifen und also quasi die technische Qualität runterziehst, irgendwann ist der Threshold erreicht und das Rauschen ist so groß und du kriegst und du kriegst natürlich auch nichts mehr mit, dann liegt es aber auch nicht am Format sozusagen. Sehr gut. Einer unserer Hauptthemen und deswegen steht auch da oben International Week, weil die verbaute Hörsaaltechnik haben wir schon, ist deine, ja du bist mal wieder unterwegs, hinter dir ist die Weltkarte und das passt tatsächlich auch ganz gut, wo bist du denn gerade? Also ich bin zu einer Veranstaltung, nennt sich International Days, man könnte vielleicht auch sagen International Week, aber es waren tatsächlich eigentlich nur drei Tage mit Lehrveranstaltungen und die anderen beiden Tage waren jetzt so ein bisschen Kulturprogramm ringsherum. Manchmal mischt man das ja vielleicht auch so ein bisschen, aber die drei Tage Lehrveranstaltungen waren eben schon irgendwie relativ komprimiert, sodass es jetzt nicht schlecht war, nochmal so ein, zwei Tage hier, also wir heute zum Beispiel haben wir eine Hafenrundfahrt gemacht. Ich bin in Le Havre in der Normandie und bin hier an einer, ja Universität de Le Havre Normandie und die hat, also bei uns ist ja eine Uni, besteht irgendwie aus verschiedenen Fakultäten, hier sind das eher Institute und da wo ich war, ist ein IUT, ein Institut für Technologie und das hat dann wiederum sozusagen verschiedene Fachbereiche. Ich hätte natürlich gerne Lehrveranstaltungen gemacht, an dem Fachbereich für Elektrotechnik, da hat das aber jetzt Termin nicht und also das ist ja auch wieder eher sowas wie eine Fachhochschule, University of Applied Sciences, wenn man so ein bisschen will. Genau, du hast da mal so eine Karte. Ja, einfach mal, es ist immer wichtig, das einzuordnen. So, okay, also das habe ich mir so ungefähr gedacht und hier ist die Uni. Okay. Okay. Genau. Und ja, also die Studis hier sind eben, machen auch viel, so ein duales Studium und das heißt, ein paar von denen, die sind jetzt auch gerade in Elektro, Ingenieurwesen und so Elektrotechnik, die sind irgendwie im Praktikum und die sind unterwegs und deshalb habe ich jetzt einen, ja, also keinen Kurs gemacht zu dem, was ich sonst mache, elektromagnetische Verträglichkeit, was ja eigentlich irgendwie auch so mein Forschungsthema ist, sondern eher so einen Grundlagenkurs Elektrotechnik und Simulation für Maschinenbauingenieure und habe das dann am Thema von Gleichstrommotoren gemacht, also kleine Motoren, die man irgendwie im Auto benutzt, zum Beispiel einen Fensterhebermotor und am Montag gab es nur so eine Einleitung und auch sozusagen ein bisschen administratives Rahmenprogramm und dann hatte ich am Dienstagvormittag einen Workshop für deutsche Kollegen für HDW NRW und hatte dann sehr komprimiert am Dienstagnachmittag meine Vorlesung, habe da auch ein paar Experimente gezeigt, habe auch eine Aufzeichnung gemacht, die findet man auch wieder bei Twitch und bei YouTube habe ich mittlerweile auch hochgeladen. Also die ganze Technik dafür hatte ich praktisch in meinem Rucksack die Aufnahmetechnik, so meine bekannte, ja, mit OBS-Bot-Kamera und dem Holyland-Mikrofon und allem drum und dran und die Technik, die ich für das Experiment brauchte, das hatte ich alles in einem Peli-Case und da also das linke Bild, das sieht jetzt aus wie ein Thumbnail, das ist auch eine Kamera von oben, also ich habe schon mal reingeguckt. Genau, das ist eine Dokumentenkamera, das ist eine, also das ist diese ganz kleine IP-Woducam, die wir auch mal getestet haben, die passte da ganz wunderbar noch mit meinem Köfferchen rein, dass ich eben mein Experiment da filmen konnte. Ja, und dann habe ich, also diese, in Anführungszeichen, Vorlesung oder so ein Plenum, da haben wir alle Studis zusammengezogen, das waren dann so 60, 70, in einem recht altertümlichen Hörsaal, so mit so Holzgestühl, der war auch unglaublich hallig. Hast du Fotos davon? Oder habe ich es nur nicht? Und laut, ja, habe ich ein Foto, aber habe ich jetzt nicht verlinkt. Ja, okay, ne, passt ja. Wir können uns alle, das haben wir alle schon gesehen, ich glaube, das ist ja sehr spannend. Ja, genau, also ein altertümlicher Hörsaal. Haben wir in Deutschland gar nicht mehr, ne? Also altertümliche Vorlese ist ja, genau, und dann haben wir eben diese große Gruppe geteilt, oder ich glaube, das waren dann so wie die einzelnen Seminargruppen und mit denen habe ich dann viermal eine Übung, wenn man so will gemacht, in einem Computerlabor, wo die Studis dann selber simuliert haben und selber dieses Modell im Prinzip mal ausprobiert haben. Ich glaube, in die Übung habe ich schon nicht geschaut. Was wir dann gemessen haben, genau, und da gibt es auch eine Aufzeichnung von, da habe ich dann die letzte dann aufgezeichnet. Und gut, Tracking, Tracking. praktisch gestreamt, genau. Das ist das und da sieht man, warst du wieder draußen oder warum ist hier freier Beton? Ne, das ist so, also hier gibt es so viele Gebäude, die so blanke Betonwände haben. Ja. Die haben ja auch so diese brutalistische Architektur, vielleicht so ein bisschen wie das auch in Israel populär war. Okay, okay. Sag mal, ja und insgesamt hat das mal wieder alles recht gut funktioniert. Was ich dich schon immer mal fragen wollte und länger fragen wollte, dieses, also ich mag ja Picture in Picture, das ist ja alles super. Ja. Gibt das nicht größer, weil, ja du, das ist eben irgendwie, das ist, also ich will ja gar nicht so viel mal so groß. Ich weiß, aber das ist, wenn man von Zoom aus nach Twitch streamt. Also ich glaube, der Punkt ist, dass Zoom, da müsste man jetzt mal mit den Zoom-Leuten sprechen, also ich meine es ja achten, es hat Zoom da irgendwie eine feste Größe an Video-Bild vorgegeben, ich sag mal, keine Ahnung, sowas wie 160 mal 120 Pixel oder sowas und wenn du in 720p streamst, also du machst Zoom direkt zu YouTube, okay, also wollte ich einfach mal fragen. streamst, ist das, genau, wenn du in insgesamt geringerer Auflösung streamst, ist diese Video-Voransicht größer, wenn du in 1080p aus Zoom nach Twitch streamst, ist das sehr klein. Und deshalb, also ich weiß mittlerweile, damit man überhaupt mein Gesicht und meine Emotionen ansatzweise erkennen kann, ja, so stelle ich die Kamera relativ dicht vor mich hin und Zoom eben einmal rein an der OBI. Weil wenn du jetzt einfach vergleichst, Wahrnehmung im Sinne von Präsenz, also es ist ja schon mal gut, dass du es groß gemacht hast und dann so Briefmarkenstile. Erzähl mal kurz weiter, ich muss mal ein Ladegerät an meinen Laptop anschließen, auch die back in a second. Ja, passt. Ja? Aber dann lass uns einfach kurz Pause machen und ich schneide es raus. Bis gleich. Naja, du kannst auch, du kannst weiter meinen Stream analysieren. Ich brauche nur eine Minute. Okay. Dann gucken wir uns das jetzt mal direkt an. Das ist schon, das ist schon extrem klein. Gut, ich glaube, inhaltlich müssen wir da jetzt nicht drauf gehen. Sind halt auch schon wieder Folien, Herr Magdowski. muss man an der Stelle mal sagen. Also Folien sind natürlich okay, vor allem, wenn man viermal das Gleiche zeigt. Aber es sind halt auch Folien, ja, für so einen Workshop-Übungscharakter von 58 Stück. Na gut. Und ansonsten passiert visuell nicht allzu viel. Wir haben Folien. Wir haben Folien und dann springt er, glaube ich, in ein Echtwelt-Beispiel rein. Browser-Struktur. Und dann hält sich Spice. Okay. Okay, also es sind nicht nur Folien. Da muss ich, okay, muss ich mich direkt... Also ich habe gerade angefangen, deinen Stream zu sehr zu... negativ zu kritisieren, weil das vor allem Folien waren. Was kommt dann? Übung. Aber da wäre ja super Platz. Also wenn ich das jetzt nehmen würde, also andersrum, ich nehme jetzt... Pass auf, wir machen das ja einfach mal so. Ich kann dich ja jetzt nehmen. Also wenn ich mich jetzt rausnehmen würde... Okay, jetzt funktioniert es natürlich nicht, weil er nicht im Bild sitzt, aber so könnte man sich ja einfach ins Bild reinsetzen. Ich wieder, ganz fantastisch. Ja, ja, also klar. Ich bin da, genau. Du hast das jetzt mal so gebaut. Wo sollte das aussehen? Ja. Also ich weiß auch nicht, was sich die Zoom-Leute dabei gedacht haben. Wenn du ein 27p streamst, ist das auch ungefähr so ein bisschen größer. Würde voll klar gehen. Ja. Aber wenn du das jetzt vergleichst, als würde ich hier auf so einer Briefmarke neben dir sitzen. Das ist doch einfach so ein bisschen als... Ja. Naja, gut. Ich mache das mal alles wieder rückgängig. Das ist halt auch eine Knallaufnahme. Ich meine, alles, alles gut. Ja. Genau das Gleiche direkt mit OBS zu machen. Ja, also da ist dieses... Das Zoom dann, das in der Cloud macht, definitiv schon... Ja, aber das Transcoding, ja, aber das ist ja... Also... Also ich habe mal... Dann braucht man, glaube ich, einen anderen Laptop. Ja, aber wahrscheinlich ist das so. Aber du brauchst eben einen mit irgendwie so einem Grafikchipsatz, ne? Und den haben die meisten Laptops eben nicht. Also ich habe mal mit diesem Laptop hier so einer meiner ersten Streams eine Sprechstunde oder irgendwie so ein Übungsformat gestreamt. Und das war in 480p und das hat geleckt wie verrückt. Also das ging nicht. Ja, aber was willst du denn da... Also warum braucht der eine Grafik? Also, ja, können wir vielleicht Out-of-Stream haben. Genau. Eigentlich braucht der nix, weil du machst ja nix. Du zeigst so ein paar Office-Programme oder ein paar Arbeits... Also... Naja, aber ich glaube so irgendwie dieses... Den Bildschirminhalt abfilmen in einen komprimierten Videostream packen und rausschicken ist eben was, was für eine Grafikkarte-Rocker kein Problem ist, was aber jetzt so einen normalen Prozessor belastet. CPU-Encoding... Ja, gut, aber... Ja, kann man... Aber wie gesagt, dieses... Also die Bildgröße... Auch das muss ich mir mal angucken. Das ist ja... Das fuchst mich ja jetzt irgendwie so ein bisschen, weil... Ja. Was mir auffällt, ist schon... Also ich weiß ja jetzt nicht, was hier... Was hier genau passiert, aber dein Chat ist ja so riech on fire. Also wenn ich uns mal hier so rüberschnupse, ähm... Da war ja... Also... Da war ja riech was los. Ja, keine Ahnung. Ja, also weiß ich da die... Weil sich da die französischen Studierenden drüber... Also sagen wir mal so. Ich habe mein Equipment aufgebaut und dann kamen die Leute in den Raum rein und haben gedacht, na gut, jetzt hat der irgendwie eine Kamera da rumzustehen, damit der irgendwie so ein Experiment zeigen kann. Ja. Und dann habe ich, ähm... Also nicht in dem Video, aber in dem anderen Video, so am Anfang irgendwie kurz erzählt, wer ich bin, wo ich ja komme, was wir so in Magdeburg machen. Und dann gab es noch so den organisatorischen Hinweis. Naja, also die Folien im Nachhinein könnt ihr auch sehr gerne haben. Eine Aufzeichnung. Maybe, muss ich mal gucken, ob das jetzt so funktioniert. Ich mache auf jeden Fall eine. Ja. Und wenn ihr Fragen zwischen euch habt, auf jeden Fall sofort die Fragen, und dann kam sozusagen auch die Frage, naja, die Aufzeichnung, wo sehen wir die denn oder wie filmen wir die dann und so. Und dann habe ich gesagt, naja, um ehrlich zu sein, es ist ein Livestream bei Twitch, so. Und dann hat das, und dann hat mein Handy sozusagen praktisch an der Nachhinein auch bing bing gemacht, weil irgendwie dann x Leute gleichzeitig irgendwie in diesen Livestream mit reingekommen sind. War gut. Mein Kanal ist ja auch nicht so schwer zu finden, wenn man irgendwie meinen Namen weiß. Ja. Und dann ging das da ganz gut ab. Und ich meine, das Video wurde auch danach ganz gut angeschaut. Also das hatte auch eben so 70, 80 Aufrufe oder sowas, so wie nach dem Tag. Also wie wenn sich eben jeder Student, der live vor Ort war, das danach auch nochmal in der Aufzeichnung angeschaut hat. Ja. Und ich sage mal, auch da ist jetzt wieder ganz gut, dass... Geht mal weiter, ich suche kurz was raus. Ich gucke kurz was, aber ich höre dir zu. Mach mal weiter. Genau. Ich erzähle mal einfach weiter. Ja, genau. Also das, die größte Hürde für die Studierenden hier, eben das waren Maschinenbaustudierende. Die hatten bisher, und die sind in ihrem ersten, nach ihrem ersten Semester, die sind in ihrem ersten Studienjahr, die hatten bisher in ihrem Studium vielleicht 10 Stunden, 12 Stunden Elektrotechnik, also viel mehr als Strom und Spannung. Und das Ohmsche Gesetz kennen die jetzt eben auch nicht. Aber genau darauf habe ich aufgebaut oder genau das habe ich am Anfang nochmal wiederholt und habe versucht jetzt darauf zu erklären, darauf aufbauend zu erklären, wie so ein Gleichstrommotor funktioniert und wie man ihn irgendwie berechnen, beschreiben, modellieren, simulieren kann. Ja. Und ich glaube, vom technischen Anspruch her haben sie das ganz gut verstanden. Ich glaube, die größte Hürde war, weil wieder wie so immer eben die Sprache, ja, also Englisch ist dann für viele, klar, lernen die das, lernen die das in der Schule, lernen das im Studium, aber das ist und bleibt auf jeden Fall eine Herausforderung. Und ich meine, genau deshalb organisiert man ja auch solche International Days, International Weeks. Das hätte mich tatsächlich, ich habe mir auch drei schnelle Fragen überlegt, das war tatsächlich jetzt auch schon eine, also vielleicht kannst du auch noch ein bisschen weitergehen, wie schüchtern bis forsch sind deine Studierenden, die Studierenden, mit denen du jetzt interagiert hast, weil auf der einen Seite irgendwie Sprachbarriere, wie du es gerade angesprochen hast, aber irgendwie auch du als Externer, also man merkt ja schon so, okay, da ist ein Gast, da sollten wir uns irgendwie auch, ja, also war man, das kann ja auch eine sehr, ja, einschüchternde, also bloß nichts Falsches sagen, also sagen wir gar nichts. Also ich meine, du weißt, dass ich Icebreaker-Fragen mache zum Anfang. So, also habe ich erstmal so eine Icebreaker-Frage gemacht auf Basis, auf einer Skala von Osterhasen, wie geht es dir heute? Da war schon mal irgendwie die Stimmung relativ gelockert. Ich habe natürlich am Anfang irgendwie auch so ein paar Memes in die Folie eingebaut, dann habe ich, ich hatte so ein paar Süßigkeiten oder so Merchandise von unserer Uni mit, also irgendwie so kleine M&Ms und Traubenzucker und dann habe ich immer, wenn jemand, ich sage, ich stelle Fragen, wer eine Frage beantwortet oder wer von euch eine Frage hat, eine gute Frage, dann verteile ich Süßigkeiten im Raum. Das hat, glaube ich, auch ziemlich gut funktioniert. Und also die Leute waren auf jeden Fall aufgeschlossen und würde ich sagen, auch relativ motiviert. Ich meine, man muss ja immer im Hinterkopf behalten, das ist jetzt, da kommt jemand, erzählt jetzt irgendwie für eineinhalb Stunden oder zwei Stunden was, dann mache ich nochmal mit denen jeweils irgendwie so 90 Minuten Übung und es gibt ja keine Prüfung, es gibt Handlings. Und genau. Und ich meine, also irgendwie muss das ja für die Leute schon spannend und interessant sein, damit sie überhaupt sagen, boah, warum soll ich mir das jetzt anschauen? Von zwei Stunden lang, das sehe ich ja jetzt erst in der Zeitleiste, du hast ja richtig abgefeuert. Genau, es ist ja schon ein bisschen Content. Ja. Also was so war, am Ende wurde es relativ laut im Raum. Also ich weiß nicht, man hört das an den Ton vielleicht auch, dass ich dann am Ende relativ laut sprechen muss. Ja. Und dann immer mal wieder sage, Moment, also mir ist es jetzt egal, aber wenn ihr eine Frage fragt, ich verstehe einfach die Frage nicht, wenn noch fünf Leute ringsherum erzählen. Ja. Und, also das war vielleicht so das Einzige. Ansonsten würde ich sagen, hat das jetzt schon eben relativ gut funktioniert. Also dafür, dass das jetzt mal so eine abseits des Studiums irgendwie so ein Zusatzthema war. Moment, es sind Leute gekommen, obwohl sie kein Zertifikat bekommen haben? Sagst du, nein, das kann ja gar nicht sein, dass Leute intrinsische, also natürlich. Also die mussten, ich glaube, also was ganz Interessantes, diese ganzen International Days oder diese International Week, wie auch immer man das nennen möchte, die wurde auch von Studierenden organisiert. jetzt nicht von Ingenieurstudierenden oder also schon von Studierenden von diesem IoT, von diesem Technologie Campus, aber die sowas wie Wirtschaftsmanagement, keine Ahnung, Wissenschaften machen. Und für die war das praktisch wie ein Laborpraktikum, wie eine Praxis, Lehrveranstaltung im Semester, diese International Days, diese International Week zu organisieren, zu veranstalten, nachzubereiten. Das ist aber ungewöhnlich, oder? Ja, aber eigentlich ja total cool. Total, total. Und ganz viele Leute, die vorher, mit denen ich irgendwie vorher E-Mails ausgetauscht habe, nur um Räume abzusprechen, um irgendwie zu sagen, was brauche ich an Equipmenten? Oder Studierende? Das hat sich dann im Nachhinein herausgestellt, das waren alles Studierende. Cool. Okay, aber mein ironischer Beisatz war ja, dass Leute gekommen sind, um was über elektromarktische Unverträglichkeit zu lernen. Ja, so genau. Diesen ironischen Beisatz wollte ich jetzt so ein bisschen absprechen, im Sinne von, also die Studierenden, die das organisiert haben, die haben natürlich auch ein gewisses Interesse daran gehabt, auch als Wertschätzung gegenüber uns als externen Gästen, dass wir da nicht vor einem leeren Raum sprechen. Ja. Und das heißt, die haben dann schon so was wie Teilnahmelisten, also die Studis, die dann vor Ort waren, haben irgendeinen Zettel ausgefüllt, dass sie dann tatsächlich da waren. Ja. Ob da jetzt noch, ob da jetzt Leute, also jemand, der nicht da war, kann natürlich nicht unterschreiben. Ich glaube aber schon, dass die meisten da waren und sich das angeschaut haben. Was natürlich vielleicht irgendwie schön und spannend gewesen wäre, wenn vielleicht noch ein paar Lehrpersonen jetzt an der Uni dort auch noch mit im Raum gewesen wären und sich das irgendwie angeschaut hätten, aber ich kann auch total gut verstehen, wenn die sagen, lass ihn mal alleine machen oder ja. Wie waren denn, das wäre eine weitere Frage meinerseits, weil das ist einfach noch sehr in Erinnerung geblieben von deinen letzten Flying Faculty Aufenthalten, wie waren denn diese Art freie dritte Räume, also so diese Lounge-Ecken, so dieses Niederschwellige, ich kann mich wo niederlassen und wo lernen. Genau, so ähnlich, ja. Also es gibt auch in den Gebäuden ja wieder so relativ viele, also jetzt hier vielleicht nicht ganz so schön, wie wo ich letztes Jahr war in Angers oder in Israel, aber es gibt schon so Lernräume, Co-Learning, Co-Working, es gibt eben so Ecken, wo Mikrowellen stehen und wo auch schöne Sitzmöbel stehen. Auch in den Foyers zum Beispiel habe ich, glaube ich, weiß nicht, habe ich bestimmt auch ein Foto von gemacht. Es gab so Sessel, die so sehr um den Kopf rumgingen, also man konnte schon noch vorn rauskommen, aber wenn man sich da reingesetzt hat, war man schon so ein bisschen abgeschottet von der Außenwelt und die hatten irgendwie so einen Bluetooth oder so einen Headphone-Jack, so einen Klinkenstecker oder irgendwie eine Bluetooth-Möglichkeit, dass man von seinem Handy Musik oder eben Ton auf diesen Sessel spielen konnte, sodass man sich eben da reinsetzen hätte können, Musik hören können oder eben irgendwas machen oder theoretisch rein prinzipiell natürlich auch an einer Videokonferenz. Aber funktionale Möbel plus Flächen, also das klingt, ja, klingt. Genau, genau. Also das ist mir auf jeden Fall auch positiv aufgefallen und naja, das, wie ich sage, eben so Hochschule, Fachhochschule, es gab große Studierendenwerkstätten, also zum Beispiel so Maschinenbau, mein Raum, wo ich dann, also dieser Computerraum, der war so im Obergeschoss, wenn man so will, von einer großen Werkstatt, von der habe ich irgendwie relativ ziemlich viele Fotos gemacht und bin da auch nicht dazu gekommen, so richtig die zu posten, aber da gab es so, boah, Maschinen und irgendwelche Drehbänke und also ich habe ein Video davon gemacht, wie ein Student da irgendwas geschweißt hat, so richtig mit Funkflug und so. Also die haben auf jeden Fall schon sehr, sehr viele praktische Sachen auch gemacht und ich glaube, das ist so das, was ich am Anfang unterschätzt habe, also wo mir alle gesagt haben, Matthias, du brauchst den Leuten nichts über EMV zu erklären, das ist bei uns einfach, überhaupt gar kein Thema, kannst du erzählen, was du willst, also das sind, wahrscheinlich ist das auch bei, in unserem deutschen Kontext eher sowas wie so eine Technikerschule, also dieses Universität ist eben hier was, was auch, naja, nicht unbedingt notwendigerweise das ist, was wir an, in Deutschland an einer Universität verstehen. Okay, verstehe. Ja, aber ansonsten, also deshalb war der Chat so voll, ja, dann habe ich in dieser Vorlesung natürlich auch so interaktive Elemente eingebaut, ich habe irgendwie zwischendurch so eine Mentimeter-Umfrage gemacht, wo ich gefragt habe, was hättet ihr denn jetzt für Ideen, was man an so einem Motor messen kann oder was für Parameter oder Sachen wir brauchen, Und warum man 16, warum das Ding 60.000 Ampere messen kann? Ja, genau, sowas in der Art, ja, und dann, aber natürlich, genau, warum das Ding 6.000 Volt messen kann, genau, und dann, dann hat, hat aber irgendein Student, also zumindest, wenn ich, mein Französisch ist ja nicht so gut, wie ich schon mal erklärt habe, weil ich ja Russisch noch Schule gemacht habe, hat, glaube ich, reingeschrieben, dass Louis hat einen, einen kleinen Sisi, ich weiß nicht, was Sisi heißt, ich habe es nach, also wir können uns, glaube ich, alle vorstellen, was Sisi heißt, da war natürlich auch irgendwie Stimmung im Raum und das hat das Mentimeter, interessanterweise, obwohl natürlich so Filter eingestellt sind, dass das vulgär Sprache zensieren sollte, das hat offensichtlich nicht darauf angeschlagen. Ach, das war in Mentimeter getippt? Also das hat auch schon gewisse Erheiterungen, auf jeden Fall. Okay. Ja, das hat irgendjemand in das Mentimeter reingetippt, ja genau, das ist ungefähr anders im Raum. Ich weiß nicht, ob ich das auf eine echte, genau, ja. Sehr gut, sehr gut. Okay, das heißt, wir haben die Hardware. und deshalb, genau, deswegen, genau, also mein Messequipment habe ich in so einen Pedicase transportiert, das schicken jetzt die Kollegen hier für mich auch zurück nach Deutschland, weil ich jetzt ja von hier im Prinzip gleich weiterreise zu einer kleinen Vortragsreise. Wo geht es denn hin? Nach Kanada. Nach Kanada. Ach ja, nach Kanada. Nach Toronto. Ihr habt ein Leben. Nach Toronto, nach Ottawa und nach Montreal. Ja, du musst IEEE Distinguished Lecturer werden. Da kannst du auch, ja, es ist natürlich, also es ist schlecht fürs Klima, ich weiß, aber ich habe zumindest irgendwie etliche Vorträge versucht, in diese eine Woche zu planen und ich fahre dann in Kanada mit dem Zug durch die Gegend und ja, irgendwie einmal hin nach Kanada und einmal zurück. Also da muss man schon auch mal sagen, aber zumindest habe ich schon versucht, so auch. Aber da muss man auch einfach mal sagen, dass wenn du jetzt nach Kanada fährst und dort mit Sicherheit auch, so wie ich dich kenne, ein Dutzend Kollegen triffst und dich mit 15 Leuten vernetzt, dann bringt das ja zum Beispiel auch deinen Studierenden zukünftig was, wenn es dann die E-Lecturer von IEEE, wie auch immer gibt und man dann kanadischer, also die Wissenschaft liegt davon. Genau, also ich habe jetzt etliche, etliche Talks im Rahmen dieses, des Programmes bereits online absolviert mit verschiedenen amerikanischen Universitäten und so weiter und so fort und jetzt bot sich das mal an, auch weil dann, weil das eben nicht nur ein Termin war, sondern weil es da ein paar Standorte direkt nebeneinander gibt, die man zumindest innerhalb von ein paar Stunden guten Zug erreichen kann, fahre ich da mal hin, ja. Und also vielleicht noch zu dem Raum, in dem ich heute hier sitze, ich wollte das jetzt eben nicht aus meinem Hotelzimmerchen machen, weil das ja immer so ein bisschen armselig aussieht. Hätte einen neuen Zoom-Hintergrund geben können, aber so, ich glaube, der ist besser, ja. Aber das war nicht, du erinnerst dich an die schöne russische Gardine, sowas Tolles hatte ich da auf jeden Fall nicht. Ja, das waren auch andere Zeiten, du. Genau, habe ich nach einem Raum in der Uni gesucht und naja, der Campus, auf dem ich jetzt war, also hier ist es so, dass diese Uni schon auf mehrere Campi und Standorte in dieser Stadt verteilt ist. Ja. Und ich hatte ja am Anfang gedacht, dass ich in der Elektrotechnik leeren werde und deswegen hatte ich mir ein Hotel gesucht, was eben nah an dem Standort der Elektrotechnik ist, der Direktion nebenan. Ja. Was auch ein bisschen außerhalb der Stadt ist, so in Richtung Hafen, wenn man so will. Und jetzt war das aber nicht in der Elektrotechnik, sondern im Maschinenbau und das war ganz woanders, so dass ich dann da immer so ungefähr eine halbe Stunde mit Bus und Straßenbahn hinfahren musste in einem, also dieser am Hafen Standort nennt sich Frissar und der andere nennt sich Cockrioville. Und das war mir heute zu weit, um da jetzt irgendwie auf den Freitagnachmittag hinzufahren. Und deswegen bin ich jetzt am Hauptstandort der Uni. Das ist so ziemlich im Stadtzentrum, wo eben die nicht technischen Bereiche, sage ich mal, sind und wollte mich dort eigentlich in eine sehr schöne Bibliothek setzen, die nämlich auch so ein paar Co-Learning, Co-Working-Räume hat. Ah, okay, weil ich dachte, Bibliothek und Streaming schließt sich ja jetzt erstmal aus. Genau, sehr tolle Architektur und ich hatte dann versucht irgendwie da mir sowas wie so einen Einzelarbeits, Gruppenarbeitsraum irgendwie zu organisieren, zumindest einen Raum, in dem man ein bisschen sprechen kann. Es hat jetzt aber nicht so ganz so super gut funktioniert oder auf jeden Fall war es einfacher. Ich sitze jetzt im Besprechungsraum des International Office. Ah, okay, das würde die Weltkarte erklären und auch die Flagge. Genau, und das erklärt die Weltkarte und das erklärt die Flaggenhintergrund und hier steht noch so ein Roll-Up und sozusagen in die andere Richtung ist ein ist ein großes eine große Projektionsfläche und auch eine von A4 also wie so eine Logitech-Ready so ein Videokonferenzsystem und stehen noch so ein paar Bücher rum. Auf jeden Fall ein sehr schöner und sehr netter Raum, von dem ich jetzt hier sehr schön diesen Stream machen konnte. Wir verabschieden schon mal Johnny, danke fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal auch ein schönes Wochenende. Wir werden auch bald die Suche genau, ich muss mal noch genau, ich muss mal noch die ganzen kurz die Kommentare dddddm NWG-Chip für Strengthscoding genau Bandbreite Anbindung der Festplatte ja weiß nicht also ich habe an meinem Laptop hier eine relativ große und gute und schnelle SSD ja genau und es gab eben eine Anwesenheitsliste und tja also ich wir können das ja mal nochmal probieren also als ich das mal probiert habe da war das auf jeden Fall unwahrscheinlich langsam aber ich kann mich vielleicht auch erinnern dass ich das nicht über OBS damals gemacht habe sondern über dieses Twitch Studio und dieses Twitch Studio ist vielleicht dafür bekannt dass das jetzt dann weiß ich gar nicht also ich glaube tatsächlich dass also ich bin da schon eher bei Johnny dass also man man kann ja mit schlechten Einstellungen gute oder mittelmäßige Hardware auch schröpfen sozusagen und wir haben das ja auch schon festgestellt irgendwelche Overflows und obwohl meine Maschine ziemlich gut ist hat das nicht gereicht also ich glaube da hat sich auch einfach in den Einstellungen relativ viel getan aber klar wenn man jetzt eh zu zweit ist dann macht derjenige der eh fest stationiert ist lädt ein hat ja auch heute super geklappt also normalerweise streamen wir nicht über Twitch oder nicht mehr genau ja man muss halt seine Werkzeuge so ein bisschen immer mal kommt mal was Neues raus muss mal gucken ob man nachschleifen muss und dann kann man auch verschiedene Werkzeuge benutzen sehr gut genau wir können ja zum Abschluss noch ganz kurz irgendwie versuchen über dieses Twitch Stream Together Feature zu sprechen einfach einfach nur damit wir selber wissen wie wir es beim letzten Mal gemacht haben also sagen wir mal der technische Hintergrund ist ungefähr so ich kann ja kurz erzählen und kann es versuchen zu ergänzen also man geht auf Twitch und man sagt hier irgendwie aus dem Creator Dashboard oder aus den eigenen Videoproduzenten Kanalerstellung heraus Twitch Stream Together und kommt dann im Endeffekt auf eine Unterwebseite von Twitch in der man letztendlich wie bei Zoom eine Videokonferenz machen kann also wir beide sind jetzt in einer oder zumindest ich sehe uns beide in einer Videokonferenz im Browser und so wie so ähnlich wie man aus dem Browser heraus ein BigBlueGutton Meeting aufmacht ein Zoom Meeting aufmacht fragt der Browser hier möchtest du deine Kamera freigeben und welche möchtest du dein Mikrofon freigeben darf ich mir diese Einstellung bis zum nächsten Mal merken und so weiter und so fort genau so ungefähr sieht das aus und dann kann der Host kann sozusagen Leute einladen direkt über Twitch sagen hier mit der Person die möchte ich zu einem Stream Together einladen und dann du hast mich eingeladen und dann kloppt bei mir in den Nachrichten von Twitch praktisch eine Nachricht auf hier gute Education hat dich eingeladen willst du da mal hingehen und mitmachen so und dann macht diese Webseite wenn man so will im Hintergrund eine Browserquelle die man dann in OBS einbindet so wie wir mal dieses VDO Ninja eingebunden haben wo man Kamera und Bildschirminhalt von einem Tablet oder von einem Handy ziemlich gut in OBS reinbekommen konnte und dann geht es im Prinzip mit dieser Browserquelle in OBS mit einem Streamkey wieder zu Twitch und der entscheidende Vorteil ist gegenüber dem was wir sonst so gemacht haben ist dass wenn du online gehst und ich von dir eingeladen bin dass meine Follower innen auch eine Benachrichtigung bekommen und irgendwie also die habe ich jetzt nicht bekommen auf meinem Handy aber im Sinne von oh der ist jetzt mit dem und dem zusammen oder mehreren Personen sag nochmal es ist ein Inner Join man kombiniert die Follower ja genau so genau finde ich tatsächlich auch ganz ganz nett wäre mir auch jetzt in der Form also ist ein relativ neues ja doch relativ neu und anscheinend ist es auch noch in der Beta und man kann auch irgendwie sagen ich habe ja hier man kann auch irgendwie jetzt hier Feedback geben ich könnte dich jetzt zum Beispiel auch also was man dazu sagen muss ich könnte jetzt verschiedene Slots ich glaube vier oder sogar fünf hinzufügen ich kann mir eine Vorschau angucken also ich glaube der Hoss ich glaube der Hoss plus fünf also insgesamt könnten es dann sechs Leute das ist halt eine ganze Menge ich kann jetzt hier oben noch die Kacheln ändern da haben wir jetzt immer so einen rekursiven Picture-in-Picture-Effekt aber also ich könnte jetzt wenn wir zum Beispiel uns zu dritt was Größeres angucken jetzt sehen wir noch irgendwie Christian Spannagel oder die Mathematikkollegen rein setzen wir hier irgendwie zu viert und dann könnte man sich auch anders ein also könnte man würde jeder eine Ecke bekommen oder man wäre irgendwie schmal was ich jetzt tatsächlich ganz cool finde wenn man sich mit OBS auskennt dass die Gäste einzeln einen Link bekommen damit ich genau also man kann eine gemeinsame Quelle reinbinden es gibt so dann kann ich dich nämlich verschieben und das finde ich nämlich sehr sehr praktisch ja genau also es gibt die Möglichkeit um das glaube ich technisch einfach zu halten das ist das was Twitch empfiehlt ist Twitch kümmert sich darum aus den x Einzelbildern ein gemeinsames zusammenzubasteln und man kann dann über die Twitch-Plattform recht einfach das Format vorgeben so wie man das ja letztendlich auch in der Zoom-Videokonferenz vorgibt oder du erinnerst dich beim letzten Mal haben wir dieses StreamYard besprochen das funktioniert ja dann praktisch so ähnlich ja und man kann aber und das ist glaube ich eben wirklich cool die einzelnen TeilnehmerInnen auch wieder als einzelne Browserquellen nach OBS exportieren wenn man so will und dann eben in OBS selbst seine Szenen zusammenstellen und zusammenlegen und dann hat man natürlich wieder alle Freiheiten und Features die OBS bietet plus dieses man kombiniert eben die gemeinsamen Follower und man hat so diesen Workflow aus dem aus Twitch heraus und das ist schon echt ganz cool und ich glaube dieses Feature also wir haben das gibt es mit Sicherheit schon eineinhalb Jahre oder sowas weil wir das immer schon mal also da hast du schon vor vor etlichen Folgen haben wir mal gesagt oh das müssen wir mal ausprobieren das müssen wir ausprobieren das gibt es jetzt irgendwie und das kann aber sein dass das immer noch sehr Alpha sehr Beta und war aber das funktioniert super also muss ich ehrlich sagen hat echt gut funktioniert auch die Lautstärke also da merkt man schon dass wir so ein bisschen nachgeschärft haben und ich sehe sehr viel sehr viele also Bildungseinsatz-Szenarien wohlgemerkt ja gerade zum Beispiel wenn ihr wieder Lego-Praktikum macht mit Außenwette und Co also weil dann hast du schaltest du Leute zu und hin könnte schon interessant sein genau und ich meine ich glaube das müsste man mal nochmal herausfinden also ich glaube in diesem Backstage-Bereich könntest du wahrscheinlich sogar noch mehr Leute reinziehen als 6 oder als 5 achso wahrscheinlich achso wenn sozusagen also wie früher bei den Anrufshows wo man sozusagen so fliegende Wechsel hat und klar wenn man jetzt noch ein Moderationsteam hat ja das stimmt wohl also das könnte ich mir ganz gut vorstellen weiß ich nicht das müsste man nochmal herausfinden ob man aber dass man also man kann man hat 6 Plätze auf der Bühne wenn man so will aber der Backstage-Bereich an sich wäre erstmal größer ja sehr gut ja und das ist auf jeden Fall ein Feature was vielversprechend ist ich meine klar über Umwege letztendlich über eine Zoom-Konferenz über das was wir bisher gemacht haben viele Wege führen nach Bildungsrohm das ist wohl genau also was hier der meines Erachtens so eben der unique Selling Point ist ist dass man die die gemeinsame Follower-Innen schafft eben aktiviert und benachrichtigt und ich meine ansonsten ja irgendwie mit Zoom und mit diesem StreamYard und BigBlueButton was auch immer tausend Möglichkeiten da kriegt man ja schon irgendwie so ähnlich hin weil man am Ende das ist ja irgendwie alles wieder in OBS zusammengemischt bekommt aber vom Delay her würde ich sagen ist es eigentlich auch ganz gut komplett nicht merkbar also muss habe ich auch noch keine Sekunde dran gedacht weil hat einfach von der Optik her direkt funktioniert dafür dass ich jetzt eben auch mit einem Laptop und hier irgendwie über Eduroam eingebunden bin per WLAN aber auf Eduroam lasse ich nichts kommen Eduroam ist eine fantastische Initiation aber wo wir mal aus Potsdam gestreamt haben da hat Eduroam uns ein bisschen im Stich gelassen ja aber das war aber an der Fernverbindung wenn man das jetzt Ganze mit das haben wir dann mit einem LAN-Kabel gemacht und auf einmal geht's ja sehr gut fantastisch das würde bedeuten du bist bald in Kanada gute Reiterreise guten Weiterflug und dann sehen wir uns in den typischen 8 bis 10 Wochen und dann haben wir die klassischen 90 Minuten heute fast wieder voll gemacht und damit ein schönes Wochenende genau ich habe auf jeden Fall auch schon ein Thema fürs nächste Mal noch können wir schon mal kurz antieren aus der Medizin da möchte man auch ein bisschen Technik anschaffen sehr gut und Experimente aus einem recht aufwendigen Mikroskopier-Setting aufzunehmen auch live zu streamen beziehungsweise eine Hörzeit zu übertragen es gibt tolle USB und Mikro Quatsch es gibt tolle gibt auch ja ich glaube die Mikroskope haben sie schon die Mikroskope sind wirklich wirklich super super teuer und super aufwendig auch die Probenpräparation für die Mikroskope und am Ende muss es aber irgendwie dann auch was sein was für die Leute die dann dort Mikroskopieren und die eigentlichen Versuche machen jetzt nicht noch eine riesen zusätzliche Rolle darstellt das Mikroskop muss direkt aufnehmen ja cool sehr gut gucken wir uns an und danach noch den ein oder anderen Testcase und how to get a Zoom Pip picture bigger habe ich mir noch aufgeschrieben sehr gut wir kündigen es vorher wieder an vielen Dank für das einschalten und ein schönes Wochenende au revoir so wie beende ich das Ganze jetzt das wird spannend ja das ist eine gute Frage keine Ahnung auf dieser Webseite bestimmt also ich meine ich drücke jetzt auf den roten Knopf ich mache das jetzt naja also was in OBS meinst du insgesamt auf alle roten Knöpfe die ich finde wir ciao oh